Iwerfell zu Lützebüsch, feier Situation. Schau mal die Stadt mal an. Letzte Weekend. Freitag ist 20. August. Iwerfell in Belwell. Man wird mit Messer bedroht. 19. August. Iwerfell auf der Kolmar Gär. Man wird von acht Jugendlichen geschlossen, geklaut mit seinem Bril, Smartphone und seinem Schum. 19. August. Iwerfell an der Oberstadt. Man wird bedroht und beklaut. 20. August. Iwerfell an der Oberstadt. Feier Jugendlichen, Iwerfell, Klaut. 19. August. Iwerfell an der Stadt. Man wird bedroht mit Messer. Iwerfell. 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 In Lützebüsch. Beweis es, wir haben eine große Probleme mit Kriminalität und Iwerfell hier im Land. Wir haben keine Politik. Sie können sie weg. Wir müssen uns nicht verstehen. Für uns steht Kriminalität und Sicherheit für die Leute auf Nummer 1. Von den Themen. Aber da ist es, dass du nicht gehst. Von mir habe ich jetzt so einen Hund, da werde ich doch mal draufheuren.